Herzlich Willkommen zurück hier zu iOS auf der Storm mit Leben Phanus. In der letzten Episode hatten wir Seratul dabei, der auf Erste Hilfe und Wurmlock geskillt hat. Schauen wir mal, welche Randoms uns in dieser Folge erwarten. Manchmal frage ich mich, was geht Ihnen vor? Ja, okay, ich spiele einen Stealth an, Seratul. Der eigentlich, wie in anderen vergleichbaren Spielen, der Assassin schlechthin ist. Als Stelzer, Nahkampfstelzer. Was sollte man mit dem Skill? Heal. Heal. Ich will mich selber heilen können. Und ich will das Transit häufiger eingesetzt werden. Genau, ich möchte schneller, häufiger teleportieren können, weil ich will ja nicht sterben. Ja, richtig. Zum Schaden machen sind ja die Tanks da. Vielleicht blocken noch. Vielleicht können wir auch noch blocken dazu nehmen. Alter. Manchmal frage ich mich, sind die Leute wirklich so blöd oder tun die nur so? Die ein bisschen was von allem Strategien. Moneyboy! YouTube-Business habe ich gemacht. Poonies, Poonies, Poonies. Ich habe YouTube-Business gemacht. Und dann lassen die wieder immer mich reinlaufen. Hast du es gesehen? Wie lässt denn jeder vor? Ich will gar nicht mehr über den Seratul nachdenken. Da kriege ich Kopfschmerzen. Hm, was könnte ich mit dem Tank skillen? Ich glaube, ich skill Regenerations-Kugeln. Komm, catch sie alle zum Augen. Alter. Komm mal bitte. Geil. Das ist der nächste Opfer da. Aber weißt du, was ich gut finde? Was? Überleg mal, wenn jeder Seratul spielen könnte. Dann würde er bestimmt genervt werden. Das ist wahr. Solange es nur Noobs gibt, gibt es auch keine Nerves. Und wir können weiterhin abholen. Ja. Weißt du, was ich gepinkt habe, dass alle zum Auge gehen sollen? Ja, weiß ich nicht. Ja, bisher ist was geworden. Ich bin da, aber ich habe keine Vision. Ja, das ganze gegnerische Team ist da. Und bei uns fehlt die Hälfte. Ja. Vor allem, wir haben zwei Leute Bot-Lane. Das ist wichtig. Weil die Bot-Lane ist gerade die Lane, wo die Kisten spawnen, wo das Auge ist. Ja, ist doch bekannt. Was Auge ist, ne? Münze, Münze, Münze. Come on! Das ist immer so. Komm zurück, lieber. Komm zurück. Jetzt komm ich zurück. Der hat alle Münzen gesammelt. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Eine Münze habe ich. Ich muss eh mal eine holen. Alter, der ist nicht mal in der Lage, hier die Möpse wegzumachen. Was ist das alles? Ich habe einen Kill für uns geholt. Geil. Ich muss schon wieder weg. Ich bin schon wieder gestunnt. Tschööö. Es ist das anstrengend. Warte, ich halte dich. Ja, immerhin ist der Haulraum, ja. Ich glaub, Kälter ist von denen ein Bot, oder? Ja, das ist ein Bot. Because of the name. Hm. Das ist ein Hinweis. Top ist Murky, deswegen geht's mal. Na, okay, und Leoric auch. Oh, go, Trashnake. Oh, Gott, Trashnake. Oh, Gott, das ist doch echt... Affig hier. Oh, ich hab mir wehgetan. Ja, geil. Immerhin wachs noch. Ey, die raschen oben rein, ich glaub, ich krieg die nicht gehalten. Ja, wo ist er da? Sri Top, ne? Oh, weißt du mal, ich skier mal jetzt die Hilfe, ne? Ich glaube, er beim Tank noch einigermaßen nachvollziehbar ist, weil er da gar nicht so leide Sachen hat. Watchtower. Von Nan im Hinking Ski- Achso, ja. Hölfen will wir deine. Hülfen ! Oh, ok. Das war knapp, ne? Ich baut mal weg. Das hat keinen Sinn. Take a look at the stats. 3 zu 5. Oh. Du hast es nahe gefunden? Ja. Ja, geil. Du warst schon weg. Das bleibt offen. Ich bin froh, dass der Tank nach der Runde 6 ist, weil, eigentlich hat das Spaß gemacht, aber jetzt gerade finde ich es etwas zäh, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Egal, wo ich alleine hingehe, werde ich abgefarmt und eine Teamgruppe scheint es nicht wirklich zu geben, außer Top, ihr beide da. Ja, das ist ja wirklich so ein Tank. Es gibt Runden, wo es richtig geil Bock macht und an manchen Runden sich ja vielleicht besser irgendwas anderes genommen. Jetzt sind bei den Gegnern übrigens mindestens 2 oder 3 Lowlife. Die sind fast tot. Aber ich weiß, wenn ich jetzt wieder zum Abgeben hier alleine hingehe, und bin ich wieder down. Ja, so ist es auch. Ey, warum läuft die denn weg? Kein Mensch weiß es. Junge, ey. Wollt ihr rauchen? Ja, jetzt willst du hin, ne? Illidan warnt. Too late. Apologize. Wir haben auch schon wieder keinen Abholer dabei, ne? Ich bin der Abholer. Mit Busser. Kälters Bot ist Bot. Macht eine riesige Kälter. Ja, allein in der Traubestellenhöhle. Eingesperrt in der Traubestellenhöhle. Alter. Ja, okay. War ein Fehler. Tschüss. Ich bin zu alt für dieartige Sachen. Das geht mir echt auf die Nerven, das Spiel. Also nicht das Spiel an sich, sondern diese Runde. Keine Wünsche. Ja, okay. Powering my laser. Einer gegen 100, Junge. Ey, das ist so ein Nerv. Was eine Schlügerei. Vielleicht war das ein Fehler, das zu skillen. Ich hab ja immer, ich werd ja immer angegriffen. Erstschlag. Fünf Sekunden ohne angegriffen zu werden, das findet bei mir nie statt. Da ist unser Building kaputt. Oh, er warnt vor Gefahr. Oh, ich bin da. Cool. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, das wär auch zu schön gewesen. Hatte ja noch 5% Leben, da muss man ja weglaufen. Maka 92, ne? Maka 92, ne? Maka 92. Ach so. Ach so. Was meinst du, ist in der Mitte? Meinst du, ist Gefahr? Das würde vielleicht gefährlich dabei sein. Oh. Ey, und der ist nicht gestorben. Ey, die sind nicht in der Lage, mal einen abzuholen. Zeit, dass ich wieder ein Charge spiele, womit ich was machen kann. Ich werde hier mal was abgeben, aber ich trau mich gar nicht in dem Zustand. Ne, auf keinen Fall. Alter, wenn er noch weiter so rumpinkt, ne? Gut, er möchte gerne etwas abgeben. Dann gebe ich dir noch ein bisschen Backup. Da kommt Leoric von links. Ah, zu viele. Wurde gerettet. Komm zurück, Rainer! Ja, Rainer war irgendwie... Der Self-Mode-Suicide. Okay, Gott sei Dank. Wow. Ah, Charakter ist bot, nicht der reale Charakter. Boom. Hier, wir können dir ein Camp machen. Ja. Hier mal hoch, nicht der Fall. Wir müssen sich jetzt bezahlen. Red Heart Team. Red Heart. Team Red Hair. Da läuft ja insgesamt ganz gut. Gib ab, wenn du Münzen hast. Zwei, ja. Und dann kommt mit mir Bot. Yeah. Camp. Geil, Murky mit Eye Down. Was sagst du jetzt? Sehr fett. Ping, ping, ping. Boah, es ist weil Murky tot ist, oder? Wollte ich auch gerade sagen. Genau das. Genau dasselbe Wortlaut auch. Weil Murky tot ist. Ja, okay, Murky ist tot. Das müssen wir ausnutzen. Warte mal, hier oben ist Schlägerei. Ja, okay. Komm. Ich wollte den anderen signalisieren, dass ich dich unterstützen möchte. Boah, das war gar nicht so müde. Ja. Haben wir zu zwei Grundrat gemacht, du. Ja, komm, komm. Komm, komm noch einmal in meine Range. Guckst du heranreifte? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob sich das nochmal aufbaut. Ich glaube ja, ne? Oh, du triffst. Triffst du hin, trotzdem. Ja. Ja. Vorsicht. Krass. Ja, ja. Ich bin geschrinkt. Ich bin geschrinkt. Ich bin geschrinkt. Das ist echt. Ja. Man spart. Leu! Ich muss ja leu! Komm weg! Mann, ich wusste, dass meine Kanone da gleich kommt. Ich wollte sie unbedingt da durchschlappen. GG? Ja. GG GG. Most kills? Uta. Ja, okay. What's the going? Ich habe... Unerwarteter schwerer Ausnahmefehler ist aufgetreten. Bitte beschreiben Sie, was Sie gerade taten, als das Problem auftat. Damit wir es identifizieren können. Ich beschreibe mich, ich habe gerade gewohnt. Bitte benutzen Sie das unterstehende Meldungsanlieb bei ZypliSat. Okay. Was? Schließen. Ja, okay. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Peace out. Wir sind draußen. Kitaes Hall. Für mich hat es gefallen. Bein. Ich bin froh.